Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir kriegen übrigens einen neuen in die Klasse, das soll hübsch sein. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Und was habe ich gesagt? Die Mitte der Welt, wo ist die? Die ist für jeden woanders, je nachdem wo man steht. Mache ich mich unbeliebt, wenn ich frage, ob man wirklich von Liebe sprechen kann, wenn man gerade einmal gefügelt hat? Der gute Geschmack hast du definitiv von mir. Bleibst du jetzt für immer bei uns? Mein Sohn, mein Kopf. Der soll sich mal nicht so große Hoffnungen machen, wird er doch wieder nur abserviert. Was habe ich falsch gemacht? Wie viel Zeit hast du? Glas hat alle mal vertrieben, jedes Mal waren wir wieder alleine. Wir lassen uns nicht froh schreiben, wenn wir zu leben haben. Ich brauche euch beide. Ich kann dich nicht teilen. Bill! Ich laufe nicht weg. Du fragst jetzt schnell, was du wissen willst. Und ich werde antworten. Wie heißt unser Vater? Nächste Frage. Wo wohnt er? Oh toll, das fängt ja gut an.